Ich geh Hallo, ich dachte du! Ah, ok, ich nehm den langen Weg Ja, wer sagt dann, dass das immer du sein muss, der den Jet bekommt? Ne, da, el aka ne, oh, da ist ein Panzer 오면서 sch know it Aber der Weg, ist frühe Ich auch! Neni!! Was macht der Panzer da?! Ok, der Panzer, der zerstört uns halt, jedes mal Wo ist da einer? Vielleicht weil das eine Militärbasis ist Geht hier auf Fünf online Zusammen mit Haar Lough Oh das bin ich Hallo Hey, lange Hallo, hallo. Machst du eine schöne Landung? Natürlich. Eine Sekunde. Ja. Und perfekt. Gelandet. Wird das wieder so? Nein. Du hast mich das letzte Mal viel öfter getötet als ich dich. Du hast recht. Steig ein, Baby. Der Plan für heute ist eigentlich relativ simpel. Ja. Und zwar möchte ich, dass du mir hilfst, einen Jet zu klauen. Aus der Militärbasis. Du hast ja bestimmt mega Erfahrung, oder? Ja, klar. Ja, ja, ja. Müssen wir jetzt erstmal zur Militärbasis hinfahren. Före mal, was ich machen kann. Ja, ich seh doch da den mit den Fingern. Wow. Da fehlen mir die Worte. Ja, den brech ich dir gleich, wenn du so weitermachst. Das wär nicht fair. Wie? Das wär nicht fair. Du zeigst mir den Stinkefinger. Ja, und dann den Finger zu brechen, ist dann fair, oder was? Das ist deine gerechte Strafe. Ach so, okay. Ja, okay. Ne. Egal. Du machst das, ich trinke kurz, okay? Ja, Prost. Trinkst du noch deinen Tee? Ja. Weil, was ihr vielleicht nicht wisst, aber Max hat Probleme mit seinem Hals. Er hat Probleme beim Schlucken. Der Fachbegriff ist Schluckbeschwerden. Dankeschön. Toll. Ja, du hast heute gesagt, kam's an. Ich hab so, ich hab Probleme beim Schlucken. Ich so, ja, Maxify, das tut mir auch total leid für dich. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Und du so, ich weiß nicht, ob ich das Intro heute schaffe. Ja. Hä, warum denn? Ja, ich stink auch. So ungefähr war das. Ich hab mich eingekackt. Das war kein Zitat. So, ich bin wieder da. Was ist jetzt der Plan, um da reinzukommen? Du kennst dich aus, ich kenn mich nicht aus. Schnauze halten und mich machen lassen. Okay, sorry, nur du. Ich mach nur Spaß. So, jetzt musst du, jetzt musst du dich ab sofort konzentrieren. Okay, okay, okay. Konzentrationsmodus. Wir sind in die Basis. Jetzt wird's, jetzt wird's wichtig. Okay, okay, wir sind drin. Du musst mir den Rücken freihalten. Da, da hast du den Jet. Aussteigen. Ich nehm den linken, du den rechten. Und, und. Halle, die, ich bin gleich tot, Halle. Ja, die schießen. Ja, du musst rein. Rein in den Jet. Halle, ich schaff's nicht. Halt, du musst einfach nur, du musst believen. Glaub an dich. Dann kannst du alles schaffen, Maxify. Halle, ich bin tot. Scheiße, ich bin auch tot. Okay, das war, das, also. Ja, okay, wir hätten sie vielleicht abballern sollen. Ah! Okay, kein, kein Grund, so zu schreien. Sorry, ich muss mich, ich muss meine Aggressionen rauslassen. Okay, also da scheint wirklich einiges aufgestaut zu haben. Ja, ja. Wir bräuchten ein schnelles Auto. Hier stand eigentlich ein schnelles Auto. Oh, das hier. Ja, warte, ich mach's mir, ein Polizeiauto. Ich helf dir. Oh. Polizeiauto. Ist ein bisschen langsam, hab ich das Gefühl. Ja, ich glaub, mein Auto eben war schneller. Nein. Das schaffen wir nicht, oder? Ah! Oh, Palle! Ja, der hat sich gedreht, weil der scheiße ist. Ja, warum wir ein besseres? Oh, na, hat er gegen Busch fahren. Okay, du willst mich scheinbar provozieren, hab ich das Gefühl. Nein, nein, ich will nur, dass du es schaffst. Oh, der, der ist gut. Ah, das ist doch geil. Stell, stell, raus. Ja, warte, warte. Vorsicht, nicht mich überfahren. Ja, stell, stell. Fahr, 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 fahr. Ich spiel kurz Anlauf. Okay, Palle, ich bin nicht gut in fahren. Ich spiel mit Maustasse, aber egal. Ja, oh ja, der ist viel schneller. Oh ja, das ist aber zu wenig Anlauf, oder? Ist genügend. Ja, okay, chillig. Wir sind in der Twilight Zone. Nein, 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 nein. Aber da kommen wir rein, da kommen wir rein. Können wir durchs Tor hier rechts fahren? Ja, nach rechts, rechts, ja, 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 perfekt. Wir haben Karten, nicht schlimm. Ja, links, 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 da sind beiden Jets. Rechts ist noch einer. Ja, da ist ja einer mit den Füßen. Okay, Palle. Okay. Ja, okay, ich bin exploded. Palle, da ist ein Panzer. Palle, da ist ein Panzer. Ja, schade. Warte mal kurz. Ne, meint, ich bin tot. Ich dachte, er lässt mich durchfliegen. Okay, wir müssen probieren, dass es zumindest einer. Wir werden jetzt probieren, dass du den Jet bekommst. So, diesmal haben wir auch keine Polizei. Das bedeutet, wir können ein bisschen krasser Anlauf nehmen. Und? Komm, was ist denn das immer? Warum dreht der sich da? Volle Konzentration. Wir schaffen das. Versuch Nummer drei. Weiter rechts. Weiter rechts. Nicht in diesen einen Busch da rein. Ja, kein Problem. Und eine. Ja. Acht von zehn Landungen. Wunderschön. So, okay. Steig aus. Steig einfach aus. Ja, ja, ja. Die Tür ist sogar schon offen vom Jet. Ja, ja, super. Ich gehe. Hallo, ich dachte du. Ah, okay. Ich nehme den langen Weg. Ja, wer sagt denn, dass das immer du sein musst, der den Jet bekommt? Oh, da ist ein Panzer, Maxi. Ich will explodern. Aber der Weg ist richtig schreit. Ich auch. Nein. Was macht der Panzer da? Okay, der Panzer, der zerstört uns halt jedes Mal. Warum ist da einer? Vielleicht, weil das eine Militärbasis ist. Okay, genau. Diesmal drehen. Und dann fahren wir ein bisschen weiter durch. Vielleicht ist da noch ein anderes. Okay. Naja, Plan. Versuch Nummer vier. Alles gut. Wie schaffen das? Das ist halt irgendwie unlucky. Aber nicht unlucky genug für uns. Okay. Jetzt schnell. Wir haben es geschafft. Wenn jetzt direkt ein Panzer steht, dann verstehe ich die Welt aber nicht. Gerade auch so ein bisschen links halten, wo die Quantäne-Dinger sind. Erstmal gucken, wo vielleicht ein Jet noch steht. Ich weiß. Ja, genau. Guck mal da rein. Ja, da ist einer. Okay, das ist gut. Das ist gut. Da, 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 da. Ich steige aus und ich versuche, sie zu covern. Okay. Ich mache, dass sie sozusagen... Aber ich kann nicht fliegen, ne? Ist egal. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ist egal. Hallo, du bist mein Held. Okay, ich versuche zu fliegen. Ja, du musst... Und du musst dich tief halten. Halt dich tief, wenn du hier aufziehst. Wie zieh ich hoch? Ja, hochziehen. Wie zieh ich hoch? Wie zieh ich hoch? Wie zieh ich hoch? Ich verstehe das nicht mit Maus und Tastatur. Der will mich verarschen, der Junge. Ich habe keine Ahnung. Der will mich verarschen. Ich weiß doch nicht, wie man hochzieht. Dann kannst du auch keinen Jet klauen, wenn du nicht weißt, wie man hochzieht. Ja, das muss ich ja... Ich dachte, du sagst mir das. Hey. Du hast gesagt, hochziehen. Ja, hochziehen halt, wie man es halt macht. Klauen mit der Maus oder so. Keine Ahnung, das ist passiert bei mir mittlerweile intuitiv. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Das ist unglaublich. Wir schaffen das. Alles gut. Hallo. Was soll denn das jetzt? Easy. Ich habe es auch geschafft. Okay, dann los. Abfahrt. Der Spot war an sich super. Der war sehr gut. Ich glaube, im anderen Container-Ding war noch einer. Boah, da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Da ist noch ein Panzer. Oh, die haben gar keinen Bock auf uns. Ich sehe noch einen, Jet. Okay, ich habe einen Plan. Okay, warte, Palle. Ich glaube, ich kann es schaffen. Sehr gut. Ich glaube an dich, Mexi. Ich sehe die Panzer da ganz hinten. Das ist keine Startbahn hier. Ich glaube, ich... Komm, direkt wieder mit dem Auto hinterher. Als ob mein Auto ist beim Sprung darüber explodiert. Okay, wie zieht man hoch? Wie zieht man hoch? Wie zieht man hoch? Wie zieht man hoch? Mexi, Fahl! Was ist denn los bei dir? Ich weiß nicht, wenn das so zu werden. Oh nein, es ist so peinlich. Ich gucke mir kurz ein Tutorial. GTA 5, Jet fliegen. Ey, Palletto, wollen wir eine Folge machen, wo wir Jets klauen? Ich klaue das mit Maus und Tastatur nicht. Ja, klar, Mexi, Fahl, ist kein Problem. Ah, ich muss alt drücken. Alt? Um die Nase hoch zu bekommen. Ich bin definitiv nicht alt, wenn ich bei GDA mit Maus und Tastatur fliege. Ey, was geht hier gerade ab? Irgendwelche ganz komischen Sounds gehen hier gerade ab in GDA. Oh nein, hier ist ein Hacker. Wollen Sie in der Lobby? Ja, ja. Wir machen private Dings, oder nicht? Ja, aber Hacker können überall rein. Was soll das jetzt? Äh... Naja, das ist ein Hacker. Okay, Leute, ein Hacker hat uns eben leider die Lobby zerstört. Pall ist jetzt auch raus, aber ich gebe nicht auf. Ich will versuchen, mit dem Jet zu fliegen. Und deswegen hole ich mir einfach ein. Ich habe, glaube ich, genug Geld, oder? Zwei Stunden später. Hä? Warum steht der Jet hier? Wie soll ich denn von hier starten? Oh Gott, nein. Das wird doch einfach nur ein Trauerspiel. Ich habe doch keine Ahnung, wie es geht. Ähm... Ja? Ähm... Okay, haut auf. Wie fliege ich? Hallo? 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 Wie fliege ich dieses Scheiß-Ding? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gibt es keine Steuerung? Oh, super. Okay. So, ich weiß nicht, wie man startet. Okay, ich habe zwar nicht genug Platz hier. Aber ich werde versuchen, von hier erst jetzt zu starten. Hey, Bob, hey, Bob, hey, Bob, bitte. Hä? Warte mal ganz kurz. Wieso starte ich jetzt so nach... Wieso starte ich jetzt so nach oben einfach? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich kann fliegen. Hä? Ich kann nur noch hoch und runter fliegen. Hallo? Ne, was passt? Aber nein, 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 nein. Nicht kaputt, geh nicht kaputt. Nein, 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 nein. Flieg vorwärts. Ah, wie fliege ich denn jetzt vor? Ich drücke doch die Tasten. Hör auf, mich erst zu rufen, Mann. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Bitte nicht. Ich kann diese Scheiße nicht fliegen. Wieso spielst du damit... Ah, Mann. Ich kann mit meinem... Ich kann mit meinem Controller halt nicht spielen. Mit dem Controller wäre es so einfach. Okay. Guck mal, ich kann abheben. So, wie fliege ich jetzt vorwärts? Hallo? Wie fliege ich denn jetzt vorwärts hier bei dem Ding? Hör auf, Leute. Leute, wenn ihr einen Plan habt, wie man dieses Ding mit Maus und Tastatur spielt, dann bitte erklärt es mir. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das war es auch mit der Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo. Da schreibt ein paar Minuten vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und, äh, ja. Mehr GTA. Ja, komm. Gleich. Ja, schreibt doch, was wir machen sollen. Das war es bis zum nächsten Mal. Ciao.